Lord Pappnase Erstmal noch die Minecrawler-Rüstung Und mein Headset ist grad viel zu laut Holy Shit Wenn grad die Posaunen da loslegen im Soundtrack Fetzt mir einfach die Ohren weg Okay Leute, Pläne, Pläne Pläne Wir holen uns die Minecrawler-Plattenrüstung Haufen uns Bei Riordan vielleicht noch ein paar Tränke Hat der ein paar Tränke? Oh ja, der Trank der Eile Uh Die halten 5 Minuten Kosten 3600 Ey, sie haben auch Wucher Kriege ich das zusammen Mit den Tier-Inkredenzien? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Aber ich hab ja auch einen Haufen Stuff in der Mine gesammelt, das ich jetzt Verkaufen kann Ja, schaut mal, da kommt einiges zusammen Auch die ganzen Steinbrecher Zack Und wenn wir schon da sind, dann lernen wir bei Saturas auch gleich den nächsten Kreis Let's go Magie zu ehren Ich bin bereit für den vierten der Kreise Schrei doch nicht so Die ersten drei Kreise durchschritten Runen, die du nun beherrschen kannst Steht dir das gesammelte Wissen der Tempel des Reiches zur Verfügung Erkenne die Magie Dann wirst du das Geheimnis von Macht erkennen 30 Lernpunkte Fünfter Kreis Kannst du in einem Stück zurückkehren 30 Lernpunkte Ach, goddammit Close Close Oh, 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 oh Ich hoffe, wir erreichen Wir können den sechsten Kreis noch erreichen Können knapp werden Können knapp werden Ich versuch mein Bestes Holen wir uns erstmal die Crawler-Plattenrüstung Und dann schauen wir bei Gute Frage Ich glaube, wir machen zuerst den Nebelturm Leute, ich habe Bock auf den Nebelturm Da können wir noch ein bisschen Erfahrung abgreifen Und die Chromanin-Quest starten Ich glaube, das machen wir Wie weit bist du mit der Rüstung? Ich habe endlich einen Weg gefunden Diese üblen Panzerplatten aneinander zu befestigen Das heißt, die Rüstung ist fertig? Ja, Mann Hier ist sie Scheint tatsächlich noch härter zu sein Als alles, was in unserem Lager so getragen wird Danke Du hast was gut bei mir Ach, ist schon in Ordnung Ich komme schon auf meine Kosten Sehr schön Hat der eigentlich auch einen besseren Bogen Jetzt Im neuen Kapitel Wir haben ja den Hornbogen 68 Schaden Und er hat Uh, yes, yes, yes Ich mag ja Ich mag ja diese Bögen hier Die so eine So eine In der Halterung So eine So eine Ausbuchtung drin haben Ich finde die immer sehr hübsch So, den Dämonenbogen Den müssten wir auch schon tragen können Wir kaufen uns direkt den Dämonenbogen Ist auch gar nicht so teuer 760 Erz Oh, warte mal Todbringer Hier unten Ist er noch stärker Nehmen wir den Todbringer Erinnert mich halt auch wieder sehr an das Spiel Enclave Mit den Bögen Das hat auch coole Bögen Vielleicht mache ich dazu auch mal ein Let's Play Ich weiß aber nicht Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben Das würde mich mal interessieren Ich bin die ganze Zeit am überlegen Ob ich Nen reinen Gothic Channel betreiben soll Und quasi einen Zweit Channel aufmachen Wo es dann andere Sachen gibt Weil ich würde auch wahnsinnig gern Ein paar Sachen zu Nintendo Spielen machen Oder sagt ihr Ich soll alles auf den Kanal hauen Ich bin mir halt echt unsicher Könnte den Kanal verwässern Ja, nice Nice Sehr schön Könnt ihr den Kanal so ein bisschen verwässern Wenn ihr versteht, was ich meine Sodass dann die Zuschauer Ein bisschen Dem Content fernbleiben Weil im Moment ist er ja sehr Gothic spezifisch Ist halt die Frage Ist halt die Frage Also würde mich echt eure Meinung interessieren So, was wir jetzt machen Passt mal auf Wir sind hier Und wir hauen Hier jetzt zwei, drei Söldner um Damit ich ein Level abkriege Und gleich Kreis 5 leeren kann Ich glaube Die sollten mich nicht angreifen Hier Ja Oder vielleicht doch Oh shit Der Söldner fand das gar nicht lustig Oh shit Nein Ah, er hat mich gekriegt Gut Vergessen wir unseren kleinen Streit Okay, finde ich gut Vergessen wir unseren Streit Aber wir haben das Level abbekommen Ich meine, das ist doch alles, was zählt Komm schon, steh auf Ich habe hier noch ein bisschen was zu tun heute Hat der meine Waffe geklaut Die Sau hat meine Waffe geklaut Der hat meine Waffe geklaut Kann ich da mal vorbei? Nein, du kannst ja nicht vorbei Ich will meine Waffe zurück Das geht jetzt ja gar nicht hier Ganz ruhig Der hat gesessen Gib mir meine Waffe zurück Wirklich Schöne Aussicht Den Spruch habe ich ja noch nie gehört Schöne Aussicht What? Was? Nein, die greifen mich doch alle an Damit Kann ich einmal bis nachts schlafen? Please Please Waren das nur die Banditen Die einen nicht angreifen? Weiß ich jetzt nicht mehr Damit Egal Apropos egal Wir könnten Aua Nein Nein, jetzt greifen mich alle an Ja okay, vielleicht soll ich das doch nicht machen Da habe ich mir jetzt zu viele Feinde gemacht Dammit Vielleicht sollte ich nur die Banditen umhauen Für das Level Up Let's go Ah, den hatte ich schon Das war ja Strike Das war ja Strike Ja, guck mal So passt das doch Level Up Zurück zu Saturas Äh Wo habe ich den Den Teleport Hier Uh, da fällt mir noch was anderes ein Habe ich überhaupt die Die Ne, ich habe die schwere Wasserrobe noch gar nicht Was kosten die bei Saturas? Die will ich eigentlich auch noch haben Ist wahrscheinlich wahnsinnig teuer Magie zu ehren Geht sogar Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen Die Zeit ist gekommen Du bist würdig die hohe Robe des Wassers zu tragen Ich muss auch gleich mal gucken, welche Rüstung besser ist Ich bin bereit für den fünften Kreis So soll es geschehen Ich werde dich die Macht des fünften Kreises lehren Der Sturm des Feuers, die Welle aus Eis und die Macht, Untote zu vernichten Sind wahrhaft mächtige Sprüche, deren Ruhnen dir nun untertan sind Doch der mächtigste Zauber des fünften Kreises ist die Welle des Todes Solltest du in den Besitz dieser Ruhne gelangen Dann bist du im Besitz gefährlicher Macht Hüte dich vor dem Einsatz dieser Magie Sie ist eine Gabe des dunklen Gottes Du hast jetzt alles gelernt, was ich dir beibringen kann Erkenne deine Grenzen Dann wirst du deine wahre Macht Saturas ist schon ein bisschen eine Flasche, ne? Kann nicht mal den sechsten Kreis beibringen Schon ziemlich schlecht, Saturas Gut, was haben wir? Ah, die Crawlerplattenrüstung bringt mehr Schutz vor Waffen Mehr vor Pfeilen Die andere schützt halt mehr vor Feuer und Magie Ich glaube, ich nehme aber tatsächlich die Crawlerplattenrüstung Jetzt haben wir noch fünf Lernpunkte übrig Okay Nebelturm wollten wir machen Da kommen wir am schnellsten vom Sumpflager aus hin Let's go Und drang der Eile Ich bin so froh, dass der fünf Minuten hält Fünf Minuten ist einfach ewig lang Okay, im Nebelturm Werden wir ja dann noch einige Skelette umhauen können Ah, jetzt habe ich gar nicht geguckt Wegen den Runen, ne? Ah, jetzt muss ich noch dran denken Bei Kronos Runen zu kaufen Weiß gar nicht, ob man bei Kronos jetzt auch den Feuerregen kaufen kann Oder ob ich da erst rankomme Oder hat Xardas den? Oh, wo kriege ich denn nochmal die Feuerregen-Rune her? Ist alles schon wieder ewig her Dass ich mal Magie gespielt habe in Gothic So, ich nehme hier jede Erfahrungspunkte mit, Leute Man darf nichts verkommen lassen Ich finde das auch immer cool, wie er mit dem Bogen rennt Das sieht so komisch aus Love it Ja, Feuerregen-Rune Muss ich tatsächlich gucken Ob die bei Xardas Kronos oder bei Tores war Sobald man dann wieder ins alte Lager kommt So, Nebelturm war irgendwo da hinten War irgendwo da hinten Ja, einen Wolf vorn hätte ich leider immer noch nicht Habe ich wahrscheinlich zu wenig Geschick für 70 Ey, bleib da, du Fliege Hier geblieben Oh, ich habe den Scavenger sogar erwischt Haha, krass Aber so ein Spiel, wo es richtig geiles Bogen-Gameplay gibt Ah, das hätte ich schon gerne mal wieder So einen richtig geilen Bogen Ich erinnere mich da an das Lara Croft 2013 Tomb Raider Remake Oder Reboot ist es ja Ist ja kein Remake, war ja ein Reboot Da hat mir das Spiel mit dem Bogen echt Spaß gemacht Und halt Enclave Oh, Enclave So ein schönes Spiel So ein schönes Spiel So, den Scavenger nehme ich hier auch noch mit Den Morad natürlich auch Und dann ab in den Nebelturm Let's go, Mamma Mia Guck mal, wie lang dieser Trank der Eile einfach hält So absurd Du kannst wahrscheinlich einmal komplett durch die Minen-Kolonie laufen So ein Wettrennen machen Uh, gab es hier oben eigentlich was? Im Nebelturm in Gothic 1 Mal gucken Ich glaube aber, außer eine besondere Aussicht gab es hier nichts Wobei eine Aussicht ist auch ganz schön schön Ganz schön schön Ja, nett Nett, nett hier Hübsch, hübsch hässlich habt ihr das hier Okay, dann klopfen wir mal ein paar Skelette Mit die nervigsten Gegner finde ich in Gothic 1 Also Blutfliegen und Skelette sind ganz, ganz oben Auf der Nervigkeitsskala Von den, von den Gegnern Skelette können dich irgendwie ganz schnell überwältigen Und dann stehst du da mit der Unterlassung Ich kann heute richtig gut reden Ich bin richtig Eloquenznase heute Oh, wir machen aber gut Schaden gegen die Skelette Wir könnten natürlich uns auch Die untote vernichten Rune von Xardas holen Und dann hier durchgehen Aber das wäre ja ein bisschen lame, ne? Das wäre ja ein bisschen lame Wir prügeln uns durch Das ist hier männlicher Ein richtiger Mann hier Uh, die geben 300 Erfahrung Krass Ähm, ich mach mal eine Fackel an Ich hab zwar nur 130 Stück Werden langsam ein bisschen knapp Aber damit ihr ein bisschen was seht, ne? Muss ja auch ein bisschen Für die Zuschauerschaft spielen, ne? Ähm, da ging es weiter runter War da vorne dann eine Sackgasse? Ich war schon ewig nicht mehr hier Hier geht man in so Challenge-Rons auch nie rein Gut Aha, wollte mich überraschen Was ich ja auch krass finde Dass viele diese Chromanien-Quest hier im Nebelturm Gar nicht kennen Das überrascht mich auch immer wieder Wenn ich so Fakten-Videos Oder interessante Videos Wie von Danny Kickim zum Beispiel gucke Oder auch Kurga Und dann die Kommentare lese Und dann bin ich jedes Mal überrascht Wie viele Leute das mit dem Chromanien nicht wissen Ach, krass Oh, der juckt meine Nase Ich versuche nicht ins Mikrofon zu niesen, Leute Alles wieder gut Okay Ihr seid safe Ihr seid safe Kann nichts mehr passieren Schön alles mitnehmen Hier ist erstmal ne Sackgasse Könnt man auch im Remake ne schöne Quest draus machen Das ist ja so Minen-Stollen-artig Wenn man im Remake dann da ne Quest draus baut Dass man die Stollen unter dem Nebelturm einnehmen soll Damit mehr Erz gefördert werden kann Ich meine, hier ist jetzt kein Erz Aber könnte man hier einbauen Ja, ist ein paar Also ich hab schon ein paar Quest-Ideen, Leute Engagiert mich Gothic-Remake-Team Ich hätt noch Zeit Ich kann als Berater fungieren Ne, und wir wissen ja aus der Politik So ein Berater Was kriegt der? 5 Millionen Geld? Mindestens So, komm her, du Easy Oh Da war grad ein Hänger Ich hoffe, das sieht man in der Aufnahme nicht Nehm ich noch auf? Nehm das Programm noch auf? Ist das Programm abgestürzt? Ne, ich nehm noch alles auf Alles gut Bitte beruhigen Sie sich Bitte verfallen Sie nicht in Panik Ich guck grad mal, was ich für Zauber habe Ich hab den Eisblock Ich hab Feuersturm Ja, nicht so die besten Zauber hier gerade Ich rüst mal Feuersturm aus Für den untoten Magier gleich Damit ich auf den Auf der Entfernung zumindest was machen kann Und vielleicht krieg ich dann noch ein paar Skelette Durch den AOE-Schaden mit Die Skelette erinnert mich irgendwie so ein bisschen immer an Dungeon Siege Falls ihr das kennt Für mich immer das bessere Diablo Ich hab Dungeon Siege so gerne gespielt Aber ich glaub, das ist kein Spiel, das sich für ein Let's Play eignet Ich hab da schon überlegt, ob ich das mal streame oder Let's Playa, aber Du klickst dich halt wirklich ein paar Stunden nur durch Und da weiß ich nicht, ob das so interessant zum Zugucken ist So Weiß ich jetzt nicht Ich weiß auch nicht, ob mir das heutzutage noch Spaß machen würde Sag ich ganz ehrlich Weiß ich nicht Ach, dass es heutzutage noch Spaß, Dungeon Siege Vielleicht den zweiten Teil besser finde War hier nicht schon der Magier? Nicht? Och shit sind das viele Hallo Okay Da war ich jetzt ein bisschen überrascht, muss ich sagen Okay Ah, das Geldmagier kommt glaube ich erst noch ein bisschen weiter unten Ich war grad gedanklich auf der falschen Ebene Passiert mir öfters Okay So, was haben wir denn hier Schönes? Ah, da ist er doch doch Da ist er ja doch doch Shit Ich hatte ja doch recht Nice Mit zwei Schüssen tot 500 Erfahrung Muss hatte ich So So, so, so Und der hat das Chromanin dabei Und fünf Skelettbeschwörungen Uh, nicht schlecht Nicht schlecht Ja, Hintergrund ist dazu Weil ich am überlegen bin Eine neue Challenge in Gothic 1 zu machen Mit Beschwörungen only Ich bin mir aber noch nicht sicher Ob das funktioniert Vor allem, weil die KI der beschwörten Kreaturen halt echt ätzend ist In vielen Situationen Aber hier wären noch mal Fünf Skelettbeschwörungen Das ist Das ist auf jeden Fall nicht schlecht Hm Wäre auf jeden Fall eine interessante Challenge So, achso Wir müssen das Chromanin auch übrigens lesen Damit die Quest startet Chromanin Der, der gewillt ist Alle irdischen Lastern zu entsagen Auf dem Pfad der rechtschaffenen Wandel Soll wissen, wo der Quell meiner Macht verborgen liegt Auf das er es nutzen möge Die Ketten dieser Welt zu sprengen Und sich als würdig zu erweisen Chromanin zu empfangen Der Weiße verschafft sich großen Überblick Bevor er sich der nächsten Aufgabe widmet Ähm Ja Oh, hallo Wenn ich mich richtig erinnere Dann war das Chromanin Auf dem Turm im alten Kastell Meine ich zumindest Glaub schon Glaub schon Glaub schon Das machen ja auch viele Mods Die Chromanin Quest verändern Da gibt es dann echt ein paar coole Sachen Wo man sich denkt Alter Wer soll da denn drauf kommen Please Das kriegt ja kein Mensch hin Aber ich glaube ich war beim ersten Mal Chromanin Quest suchen auch total überfordert Und hab zur Komplettlösung gegriffen Bin mir da ziemlich sicher Ich hab ja auch Gothic 1 Das ist noch gar nicht so lange her Zum ersten Mal wirklich ohne Cheats durchgespielt Das war vor 4-5 Jahren Als ich mit dem Twitch Streaming angefangen habe Und vorher hab ich das Spiel nie durchgespielt Aber das war so mein Ziel Im Twitch Stream Das war mein erstes Spiel Was ich gelivestreamt habe Und dann hab ich mir gesagt Okay Für den Livestream spielst du das Spiel jetzt Das erste Mal richtig durch Und es hat sich gelohnt Ich mein guck wo wir sind Wir haben einen geilen YouTube Kanal Wir haben einen großen Twitch Kanal Es läuft Es läuft Baby Es läuft Baby Gut Dann schauen wir jetzt Wenn wir den Turm hier fertig haben Gehen wir zu Xardas Dem sagen wir mal Hallo Weil ich will wissen was der für Zauber hat Und ich glaube ich kann da noch eine Quest abgeben Und von dort aus komme ich auch relativ schnell Mit Blutfliegenverwandlung zum alten Kastell Das klingt doch nach nem Plan Hallo Herr Das Ich habe mir die Antworten vom Orkschamanen geholt Gut Dann berichte Die 5 Orkschamanen Die den Schläfer riefen Erbauten ihm einen unterirdischen Tempel Dessen Zugang in der Orkstadt liegt Das ist richtig Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen Und verfluchte sie und die Arbeiter Zu ewigem Untotendasein Sehr gut, sehr gut Die Orks verschlossen den Tempel Und bringen ihm seitdem Opfer Um ihn zu besänftigen Hast du einen Weg gefunden Wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork der Keine Einzelheiten Begib dich zum unterirdischen Tempel Dort wirst du den einzigen Weg finden Die Barriere zu zerstören Ich verstehe nicht War es nicht die Zerstörung der Barriere Weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber Dann geh Es ist schon genug Zeit verstrichen Geh und such die Antwort Im unterirdischen Tempel Okay Ich suche magisches Wissen So, was hat er denn hier? Oh, das brauche ich Dämon beschwören Ist natürlich auch geil Was hat der? Ah, der hat den Feuerregen Nice Und es kostet halt kein Mana 15 Mana Das ist nichts Boah, das wird ganz schön teuer, Leute Oh no, das wird so teuer Oh Gott Oh Gott Ich hätte gern Dämon beschwören Zwei Stück noch Schrumpfen Und Armee der Finsternis Ach, Tau Oh Gott Das kann ich mir nicht leisten, Leute Das kann ich mir nicht leisten Ich guck mal Ich guck mal Achtung So, äh, ähm Kriegerstimme Brauche ich gerade nicht Mh, Knochenbrecher Weg damit Die Steinbrecher Morgenstern Gadeschwert Das hier brauche ich auch nicht Blutfliegenstachel kann auch weg Die ganzen groben Schwerter können weg Das kann alles weg Das wird teuer, ey Dann den Hornbogen Die Armbrust Diese Bögen brauchen wir nicht mehr Ah, die Rüstung könnte man eigentlich auch verkaufen, ne Aber ich tue mir immer so schwer mit Rüstung verkaufen Ich werde sie nie wieder brauchen Ah, warte mal Ich guck mal, ob ich was anderes verkaufen kann Wait, 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 wait Der Amulett der Magie haben wir doppelt Das können wir, das können wir verkaufen Orgischer Talisman braucht auch kein Mensch Dringende Erzhaut Das brauche ich eigentlich auch nicht Wo zum Fick habe ich so viel Reis her Ich bin der neue Reislord, ey Auch Reisschnaps kann ich ihm geben Mein Xardas muss auch von irgendwas leben, ne Ein paar Minecrawlerplatten Diese Rassiermesser braucht man auch nicht Grüne Novize kann der Xardas haben Die Schattenläuferfälle Die Crawlerzangen Zum Fight-Szene So Nice Dankeschön Xardas Der Einkauf hat sich gelohnt Und von hier aus Ich hoffe, ich habe noch eine Blutfliegenverwandlung Scheiße, ich habe gar keine mehr Doch da, da Eine noch Sehr gut Die nehmen wir jetzt, um zum alten Kastell zu kommen Und dann kommen wir auch direkt vom Turm runter Ohne Fallschaden Ist praktisch bei diesem Blutfliegen Und ab dafür Geht es ihm gut? Scheint irgendwie kaputt zu sein Aber ich bin guter Dinge, dass wir im Ork-Tempel mindestens noch Genug Lernpunkte kriegen, damit wir Kreis 6 lernen können Um Schwarzmagier zu werden Ich glaube, das sollte kein Problem sein Ich hoffe es Romanin-Quest Quintin können wir noch umhauen Die Banditenbande da Ich habe die Quest nicht vergessen Keine Sorge, Guys Dann die ganzen Erfahrungspunkte im Schläfer-Tempel Die Ork-Schamanen Festbelohnungen Xardas versunkener Turm Das sollte alles gehen Das sollten wir hinkriegen, Leute Das sollten wir hinkriegen Vor allem, da ist noch ein Ork Speer Den können wir umhauen Auch nochmal 200 Erfahrungen Ey, es sind 200 Erfahrungen Wenn die am Schluss fehlen Vor allem das alte Lager Kann ich auch noch auslöschen, Guys Ich habe jetzt ja Feuerregen Oh, das alte Lager löschen War aber aus, ne Das machen wir Das machen wir Wir haben doch noch einige Folgen Ich dachte schon Es wird ein bisschen Ein bisschen kurz Das Let's Play Also nur noch so 2-3 Folgen Hat im Kopf Aber das könnten schon noch 4-5 werden Wir haben noch ein bisschen was vor uns Und dann werden wir gleich Im Anschluss des Gothic-Sequel Let's Play Habe ich Bock zu Ich mache für euch mal wieder Licht an Hier Wo bist du mein Sonnenlicht Ja Das lief gut Na, komm schon Ach so Ach so, ja Das war die Das war die Stelle Wo man nicht hoch kann Stimmt Man musste hier hochklettern So Ah Und hier Fliegt das Buch Was steht denn da Schönes drin? Chromanin 2 So, nochmal 300 Erfahrungen Getragen von den Gezeiten Haben Chromanins Visionen Der Zukunft mir die Augen geöffnet Kein Preis ist hoch genug Den Glauben daran wieder aufzugeben Viel zu stark hat es mich bewegt Was geteilt wird Wird wieder vereint Wenn auch nur kurz Massiv voneinander getrennt Das weiß ich auch schon Wo das ist Aber liebe Leute Das schauen wir uns beim nächsten Mal an Heute leider Eine etwas kürzere Folge Weil ich nicht so viel Zeit hatte Aber ich hoffe Es hat euch trotzdem gefallen Danke fürs Zuschauen Tschüsschen wie immer Und wir sehen uns bei der nächsten Folge Macht's gut Tschüss